Also Digital Detox ist eigentlich der bewusste Verzicht aufs Smartphone, aufs Online-Sein oder auf soziale Medien für einen bestimmten Zeitraum. Ich würde sagen, es ist ein neues Thema, nicht unbedingt ein Modethema und meiner Meinung nach ist es ein Thema, das sehr stark wachsen wird und das sich ganz stark auch in unser normales Leben integrieren wird, so wie Yoga. Also Digital Detox ist insofern sinnvoll, als dass man in dieser Zeit wirklich auch erkennt, wie stark bin ich denn schon vom Gerät abhängig, wie sehr dominiert das Netz schon mein Leben, was kann ich auch noch offline lösen, was sind meine analogen Hobbys, die ich dann vielleicht jetzt schon fast verloren oder vergessen habe und dass man sich so eine gewisse Balance einfach im Leben zwischen dem Online-Sein und dem Offline-Sein beibehalten kann. Die Gefahren von intensiver Internetnutzung sind natürlich einerseits, dass sich eine gewisse Smartphone-Sucht entwickelt und dass in dieser Smartphone-Sucht die Effekte jetzt auch schon belegt sind und da sprechen wir von Depressionen, auch von zunehmender Angststörung, von Rückzug, von dass man das Leben einfach nicht mehr so aktiv lebt, sondern mehr so abdriftet in dieses sehr passive Daddeln und Scrollen. Die wichtigsten Schritte zum Digital Detox sind auf jeden Fall zuerst einmal zu erkennen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, einen Digital Detox einzulegen und auch die Bereitschaft zu haben, bei sich selber oder in der Familie und dann einen Tag zum Beispiel auszusuchen, einen Samstag oder einen Sonntag und mal mit einem Tag zu beginnen oder mit einem Wochenende und dann zu sehen, was man für Erfahrungen macht. Also man muss, um einen gesunden Internetumgang oder eine gesunde Smartphone-Nutzung zu haben, auch nicht gleich eine Kur machen, sondern man kann gewisse Regeln festlegen, zum Beispiel, dass man während der Schulzeit auch für die Internetnutzung einen Stundenplan festlegt und sagt, von Uhrzeit bis Uhrzeit ist es erlaubt, am Handy zu sein und die anderen Zeiten sind offline bei uns zu Hause oder dass man die fixe Regel einführt, dass es am Esstisch kein Gerät gibt oder dass es an der Couch kein Gerät gibt und so gewisse Regeln einführt zu Hause, die das alles einfacher machen und die auch den Kindern, zum Beispiel, dass die Geräte nicht im Kinderzimmer geladen werden über Nacht, sondern unten im Wohnzimmer oder in der Küche und damit entstehen automatisch schöne Grenzen, die relativ einfach zu kontrollieren und einfach umzusetzen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017